Hallo Alltimer-Freunde, ich möchte euch heute hier mal schnell ein paar Bilder zeigen von einem alten Multiker. Seht euch einfach die Bilder an und wenn ihr sie etwas genauer sehen möchtet, dann drückt einfach die Pause-Taste und zoomt es euch daran. Also noch mal viel Spaß beim Ansehen der Bilder. In meinem Kanal findet ihr auch noch vieler weiter Alltimer. Ja, ich bin ein paar Bilder. Ich bin ein paar Bilder. Untertitelung des ZDF, 2020